das ist einfach messi das ist einfach messi was oh mein gott was ist denn jetzt los was ist denn das aber kipp davon bitte weil draußen gibt ecke die wiederholung noch mal was für ein sensationeller treffer ein scorpion kick der ist so gefallen der ist so gefallen und deshalb nicht als eigentor gezählt oh mein gott und dann kommt so ein laufweg oh mein gott oh mein gott was so das war's mit fifa ja alle zeiten oh mein gott oh mein gott clip oh mein gott was passiert hier als erster spieler klose pushkas 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 gut dass er dazwischen geht das wäre gefährlich geworden christiano ronaldo er geht dazwischen wie bitter der ball geht ins eigene tor jetzt hier erneut kommen zimmer den rauf da und fertig drin mein gott digga halts maul ich muss ihn jetzt halten oh kante lul der ball ist einfach wieder ins tor denn die macht kater pack vielleicht hast du gerade was krankes für uns gezogen das wäre heftig ich sag mal so er hat sein bestes glaube ich gegeben nein torwart hallo hallo ich mach nix was ist das das gibt's nicht das gibt es nicht das gibt es nicht guck mal kopf guck mal kopf guck mal kopf was ist das denn was ist mit dem los er macht Tor mit vollem Torwartteam ja positionieren positionieren in der Box in der Box auf den zweiten auf den zweiten kopf guck 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 ich hab ne Aiken gezogen ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah kräg ich 6 Ja, ne, ne. Hey, was? Ey, der war mit der Hand genommen. Was ist das denn? Jetzt die Cardi. WTF? Der Mann kann, er kann wirklich alles. Komm mal hier, neue Eckballtaktik guckt hin. Sagt aber kein. Läuft noch Eckballtaktik. Ja, schon gut. Es ist wirklich Schienhüller. Jetzt krieg ich die Krise. Den wollte ich nie haben. Stuhl wieder verprügelt oder irgendwas anderes wird verprügelt. Durch das... Durch das anderen! Es geht schon wieder los! Es gibt keinen roten Mbappé oder so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tim Latka reagiert auf Mbappé-Lei-Spieler. Nee! Gib doch dich den ganzen Wickelig... Nee! Nee! Guck mal, Leandro, wir ziehen jetzt hier gerade FIFA-Spieler. Nein! F an den Bruder. Was? Was? Oh, das ist zu wild, Mann. Das ist zu wild. Die komplette Bewegung. Erst das... Dann da... Und da trägt er sich noch selbst in die Eier. Bin ja froh, dass ich keinen Pulli angezogen habe. Ich muss mal Dings anmachen. Ich hab... Ich hab... Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich hab ein T-Shirt an. Ich hasse mein Leben. Ich verstehe kein Englisch, sonst würde ich es sagen. Hier, Man of the Player geworden. Jungs, von dem Bild ist, glaub ich, sogar das Emote, ne? Stimmt. Oder so eh... Ah ne, noch nicht das anderes Bild, aber ja. Ich glaub, wegen... Wenn ich... Ich kann mich rot machen, ne? Also, ich kann krass rot werden. Warte. Ey, ich werd ja gar nicht rot. Was ist das? Hä?